Sooo, die Venom ist da vorne... Oh mein Gott! Wo will die hin? Boah! Läuft! Wo ist denn meine TV gerade gebaut? Und sie sehen die ist einmal hier. 90 Grad nach oben geflogen. Also nicht wirklich drauf geachtet, aber... Nää! Wo ist der? Ah, der landet da. Spottet. Okay, Haley ist ab. Fahnenkreuz, wo bist du? Sooo, Minimap, was sagt meine Minimap? Bei C sind ganz viele oben drauf. Battlescreen meine ich. Guck, da unten sind schon ein paar. Auch nicht down? Warte, ich flieg nochmal richtig. Noch einer höher. Dahinter ist noch einer. Warte kurz, Venom. Andere Seite liegt auch noch einer. Knapp schon. Okay. Provided! Hier unten unten. Oh, knapp. An dem Spawner hängen sie. Ach netter. So durch. Keine Ahnung. So durch. Keine Ahnung. Bisschen zu niedrig. 44. Nur ausgeschaltet. Ist hier doch eh nur ein 48-Slot-Server, oder? Ja. Ja, wie gesagt, die Auswahl wurde langsam ein wenig. Jetzt schon. Nicht klein, ja. Es sind vielleicht noch zwei Server oder so. Ach, hier drüben sind so ein paar. Oh, die ganzen Fahrzeuge da. Fuck, der andere hat schon. Ich flieg da mal rum. Ja. Einfach nur aus Spaß. Und, warte drüben, da sind Jinks. Oh, hier steht schon. Schutz. Kann ich wieder tausen? Oh, noch keine TV. Oh, fuck. Andere Heli. Oh, pass auf. Ähm. Alles cool. Ja. Ich hab da gebooping zu machen. Stimmt. Wir sind gar nicht CTE. Ja, ich weiß. Ähm. Go. Was ich denk? Ich denk bestimmt, wir sind tot. Oh, in der Fall. Ja, auf jeden Fall. Infanterie wahrscheinlich. So, wir werden den Flog hoch, oder? Ich glaub, bei B war auch noch irgendwie Party. Und jetzt? Ist einer? Ich glaube schon mit einem... Die hab ich. Ja, hier ist auch schon ab. 75. 75. Sieht mir auf sie runter. Ja, so recht. Ja, so recht. Halt die Gun. Oh, sind wir auch schon hier. Das sieht so fett aus, wenn die von der Chao getroffen wird. Ah, hier oben ist wieder einer. Fasch. Und dann nehmen. Und einen. Wow. Oben wieder knapp. Und da noch einer. Hast du noch einer? Echt? Ja, ne? Hier ist noch einer oben am Fahrstuf. Ja, da. Zwei. Oho. Gut, dass ich die Richtung gewechselt hab. Oh, die sind ja schon wieder ab. Ist auch da. Der andere ist auch da. Schade. Die ist ganz nah. Ganz nah. Ich muss ja den echt viermal treffen. Ich glaub, irgendwas fallert uns noch. Na, es ist so aus und so. Oh, der ist voll. Ich weiß meins. Ist. Was? Ne, fahr nach oben nicht. Hm. Was ist denn der? Nice hack. One shot. Hier rechts unten. Da ist noch einer unten. Andere Straße, oder? Ich nicht. Also hier vorne. Der ist jetzt reingerannt. Links. Heli ist wieder ab. Und? Oh, sehr schöne TV. Hupf. Ah, Mann. Ich wollte Doppel-Roadkill machen. Da ist noch einer, ja. ganz nah am Viergegen. Alter, Hero Towns ist so ein doofes Fahrzeug. Drei Leute waren da drin. Cool. Ja. Von mir aus. Wieso auch immer. Heli wieder. Oh, kommt. Na dann. Ja, hatte schon eine Hälfte. Ich glaub, VC waren gerade auch welche. Und im Jetskiff jetzt. Ja. Okay, Venom können wir ja jetzt. Boah. Der Doge haben ja übelst. Ja, Mann. Fette Ding. Äh, Emma und so. Haben wir einen rausgeschossen? Hacks und so. Mann, ich war aber schon wieder drei Leute. Ach, wirklich? Kann ihn jemand aufhalten? Was? Wo? Ich stand da gerade im Chat. Was ist denn mit dem Terminator-Hut? Gute Beschreibung. Hab ich auch noch nicht gelesen. Wo bin da hinten? Boah, was? Ach, shit ey. Guck mal, wie knapp die waren. Ach, shit ey. Guck mal, wie knapp die waren. Hier unten, äh, Jetski. Ja. Ah, komm ich nicht ran in den Mücke. Guck mal, was sie schreiben. Nein, ich seh wegen deinem Scheiß-Cop nicht mehr die Chows. Ja. Ja. Die fliegen immer noch. Ja, ganz immer dasselbe. Und alles geht innerhalb von der Schuhe. Komm, jetzt das Spiel kostet alles. Schon lustig. Ja, so. Oh, das ist sogar gedutscht. Nichts gerechnet. Noch nicht TV. Aha, aha, wo kommen die Singer her? Frage. Ähm, auf meiner Karte seh ich auch was. Da sind ganz viele bei D. Ich schlieg einfach mal dahin. Müssten welche am Fahrstuhl sein. Ja. Der Tags. Den hab ich. Als hätte ich so'n, äh, Spektator-Modus. Oh, der Heli wieder. 10. Nice. Du musst übernimm, 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 übernimm. Da unten. Wo? Nein, 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 nein. Wofür gehen? Ich hab ihn aus den Augen verloren. Ja, ich hab meine Chaus aus den Augen verloren. Ja, ist sogar noch einer geschafft. Bist du den? Ne, der ist irgendwo unten wahrscheinlich, oder? Schon down. Okay. Heli ist wieder ab. TV kommt. Ich hab ihn zweimal. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Cheater. Mal schauen, wie viele im Video dann sagen, ach du warst das. Zerstört. Da ist einer rausgestiegen. Drei. 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 Drei echt? Ja. Hast du? Ne. Wenn dann noch. Heli ist auch schon wieder da. Dead respawn. Jo, ist die Frage. Jo. Wow. Jetzt hab ich immer noch gedodged. Ach, so'n Lacker, ey. Oh, ist die Frage. Das wär witzig gewesen, hätt ich den getroffen. Oh, ich hab nen Leck. Wow. Ja. Nein! Nur wegen dem Leck. Nein! Hast du da gesehen? Den Handy hat's vorne nach rechts verdreht. Und? Ist das gut? Ich hab den Winner. Ehm, Venam ist links oben. Tot. So, klar. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, der steht ziemlich weit vorne. Hat einer. Muss ja da down sein, wenn er so lange nicht auf dem R-Radar ist. Boah, wieder voll, ey. Nein, nur laden, kennst mich nicht. Oh, hier die Ballad. Ich glaube, die wollen mich rot bannen oder rot kicken, aber... Ja, nix. Hälfte. Durch. Ja, mach weg mit der Gang da. Dann zahlt uns die Venom. Warum geht der jetzt hoch? Hab nichts mehr. Braucht nur noch zwei dann. Den sind wir auch gebannt? Oder du? Weiß nicht. Ich hab nicht gekickt gewonnen. Weiß nicht. Ha! Road Kick failed. Ist die Frage, wen von uns beiden wollten sie jetzt? Boah, wie knapp waren die Chores. Hast du das gesehen? Die sind genau vor dem Gebäude eingeschlagen. Wie viel hast du schon? Ähm, 30. 20. Nochmal 29. What? Autsch. 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 Chank ist hier unten auf AD. Und das Gebäude geht down. Oder geht down, ah. Ja, wenn sie mich mit jetzt bannen, ist auch nicht so schlimm. Ach, Chank fährt rein. Schau kommt. Ach, fack. 35. Fuck die Venom. Fuck die Venom. Fuck die Venom. Die flog erst an mir vorbei und dann hat sie uns gekillt. Bei Räubem Fotzerrotz. Bei ihm läuft. Jetzt gehen drei Leute ins Boot. Ne. Bullet boon. Come on Bullet. Kann er schon TB auf mich oder was? Jetzt bauen sie noch einen. Die Welle fliegt mir auch schon hinterher. Das war einer von den Bobsen die hier gerade warten. Jetzt bin ich weg. Sieht das auf Youtube. Nice one. Und da bist du wieder weg. Und da bist du wieder weg. Und da bist du wieder weg. Ich habe immer wieder weg. Vielen Dank.